Herzlich willkommen zurück bei Star Trek Resurgence. Das ist die Brücke, wo der T-Con Wächter einst stand und das Außenteam der Enterprise begrüßt hat. Aber hier scheint erstmal alles tot zu sein. Wir wissen nicht genau, was passiert ist und wo er denn ist. In jedem Fall machen wir den Rekorder an und hoffen doch, dass wir gleich das ein oder andere sehen. Aber wenn wir die Brücke überqueren können ohne Probleme und er nicht auftaucht, dann ist erstmal nix los. Aber mal gucken. Wir sind gebrochen. Holy moly. Mmh. Mhm. Ich habe einen Schraub durch die Wände mit unseren Phasern geschehen. Werte ein Mal. Nichts. Es muss eine Schwertigkeit sein. Somewhere it isn't totally solid. Wow! Eine Illusion. Ich bin sicher, dass diese Wälder so real als die restlichen. Ich habe es gefühlt. Es ist fast wie unsere Holodeck-Technologie. Aber viel mehr advanced. Die Krystalten müssen die Energie von unseren Phasers absorben. Ich bekomme etwas. Eine Bio-Signatur. Es ist feint, aber es ist da. Mit mir? Auf geht's! Wir haben keine Angst. Los geht's! Ich habe etwas mehr. Eine Illusion. Kurium Lerou, wenn Sie lieber sagen können. Duval to Resolute. Beam crewman Lerue directly to Medical. Ist er okay? Er will live. Nicht alle Crystals funktionieren gleich, es scheint. Nicht schreien deine Phasers an alle Crystals, unless wir sicher dass sie die gleichen Pulser geben können als vorher. Commander, ich kann das Prozesse wiederholen. Ich kann jetzt herausfinden viele verschiedene Wärme von Radiationen einfach nur nachschauen. Die Tachon Radiation ist ungewöhnlich, also ich kann es nicht ganz klar ausleiten, aber ich konnte viele von den non-tetrametrischen Crystals eliminieren. Dein Tri-Korder sollte dich warnen. Das ist eine enorme Hilfe. Danke, Lieutenant. Es ist mein Hör. Dass sie ihr Augenlicht verloren hat. Finde mithilfe deines Tri-Korders tetrametrische Kristalle und feuere mit deinem Phaser auf sie. Tetrametrische Strahlung ist auf dem Tri-Korder erkennbar. Okay. Tetrametrische, gut sign. Commander! Look at that. Okay, solid. Trust. But verify. Indeed. We don't have any data about what's below the surface on Delphi Ardu 4 and I don't feel a particularly strong urge to find out. Then that makes two of us. Joa, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber, ne? Oder haben wir hier noch einen? Warte, der vielleicht? Ne. So, wir können mit ihm nochmal reden. Hmm? Hmm. Aside from the breathable atmosphere, this is a remarkably inhospitable planet. Traces indicate there was once living Flora. But it's been dead so long it's practically turned to stone. From what Portal told Riker, it was an outpost to defend the far edge of the Tikkan Empire. Well, it's not that now. Now, it's a grave. Ah, da hinten irgendwo. Achso, den hatten wir schon. Gibt es hier noch weitere Kristalle? Was mit dem? Ne. Ich denke mal, guck mal, hier kommen wir auch noch weiter. Oder wie kommen wir denn da rüber? Das ist ja schön und merkwürdig. Ne, haben wir ja schon rausgefunden. Würde ich sagen, gehen wir mal in die Brücke, ne? Und weg ist sie. Der Rest vom Team ist nicht hier drüben. Okay, da haben wir auf jeden Fall eine Menge Strahlung. Hier nicht. Ah, da. Gut. Another one bites the dust. So, mal gucken. Bei dir langsam so ein bisschen die Orientierung, habe ich das Gefühl. Und gleich stehe ich ganz alleine da, weil keiner mehr mitkommt. Oh, ja. Dann gucken wir mal weiter. Ich denke, wir werden gleich auf den Wächter treten. Oder treffen. Tetrametrik. Okay. Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall ein Stückchen weiter nach oben gekommen. Der letzte Kristall. Der letzte Kristall. Ich würde sagen, der dicke da hinten. Irgendwo scheint hier noch ein Lichtstrahl zu sein, so Taschenlampen mäßig. Und hier blühen auch noch Blumen, beziehungsweise Pflanzen. Das nenne ich mal Kristall. Das nenne ich mal Kristall. Unglaublich. Die Pflanzen hier sind eigentlich lebend. Ist das eine Bio-Signatur, die du detectest, Doktor? No. 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 Not a match. Die Pflologen. Nicht mal mehr. Das ist mit dem Lippen. Die Pflologen. Ja, das ist das Geist. Das ist wahr. Das ist ein aggressiveres..." Und das ist eine Illusion, wie Sie ein wenigsten. Locktransporter on the way team. Der Gone. Es war eine Illusion. Ich vermute mal, jetzt kommt der Wächter. Und da steht er. Der ist. Das ist er. Wie schreitst du mich aufhörst? Ich habe mir gedacht, dass du genug hast, um zu verlassen, aber hier bist du. Tch. Fools. In einer anderen Zeit, ich würde dich und dein Schiff einfach nur für sich auf diese Ort setzen. Glückwunsch für dich, diese Zeit hat übergebracht. Portal 6-3, Guardian of the Takan Empire. Wir haben eine lange Zeit, um dich zu treffen. Guardian? Ich bin Guardian of nichts. Die Takan noch nicht exist. Ich bin kein Wissen, um dich zu erinnern. Wenn das ist, dass du gekommen bist, dann solltest du weg. Jetzt. Ich werde direkt an das. Die Takan haben zurückgebracht. Rückgebracht? Meine Leute haben zurückgebracht? Wie kann das sein? Ich war so lange allein. Wenn das stimmt, wie sie zurückgebracht haben? Takanian Technologie hat es möglich gemacht. Um es zu erinnern, um die Bewusstsein zu einer nach einer Person zu einer nach einer Person, nach einer Person. Das heißt, Bioformen. Ein Grupp von Takanians nennen sie sich Scions of the Flame benutzt, um es zu erinnern nach 100 Millionen. Scions of the Flame? Ist etwas falsch? Ich würde sie gar nicht nennen. Ich würde sie gar nicht nennen. ein Verbrecht mit dem von der Partei. Ich glaube, dass eine Leitere Lifeformen als Vessel um das zu ermöglichen um die Immortalität zu schützen. Spannend. Du willst mir helfen, sie zu zerstören? Das ist warum du gekommen bist. Du willst zu zerstören diese Science. Es gibt eine Krieg, die in den Quadrant entdeckte. Wir wollen, dass wir uns helfen, um Frieden zu kommen, bevor es zu diesem Punkt kommt. Frieden immer kommt bei einem Kosten. Sie haben eine unglaubliche Kraft-Energie-Source. Sie nennen die Kartabula. Diese Sions haben die Kartabula. Und sie haben sie als Weapon gegen uns benutzt. Ich spreche mit dir allein. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo ist meine Team? Er hätte uns auch mitnehmen können. Ihr Kollegen wissen nicht, was es bedeutet, dass es zu sein, dass es zu sein. Ich sehe, dass du dich schmerzt. Du und ich sind von Fallen-Sivilisationen. Die Kobliard, die Takan. Ein zu sterben, ein zu sterben. Unsere Spezie, die nicht mehr anders sein können, aber wir beide wissen, dass die Verlust. Die anderen nicht verstehen. Es ist über ihre Abiligung zu verstehen. Ich sehe, dass du dich schmerzt. Und ich verstehe, dass du dich schmerzt. Ich verstehe, dass du dich schmerzt. Und ich verstehe, dass du dich schmerzt. Sie sollten uns nicht weiterentwickeln. Du verstehst mich nicht, oder die Schmerz, die ich fühle, für die Lachse unseres glücklichen Empires. Tja, ich vermute mal, das geht jetzt so weiter. Mal schauen, ob wir ein paar wichtige Antworten hinkriegen. Wieso spenden deine Tage von deinen eigenen Menschen, wenn so viele von ihnen verlassen? Wieso lebt dein Leben, für diese Föderation, in der die Kobliard nicht überhaupt belong? Und sich zu ihrer Autorität? Das macht keinen Sinn. Nicht von meiner Logik. Die Föderation ist nicht eine Autorität zu beobachten. In der Grunde, es ist ein Grunde, das Ziel, für alle Fähigkeiten, 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 für alle Fähigkeiten. Du sagst, Riker, du wirst, bis du brauchst. Du brauchst jetzt. Wir brauchen dich. Ah, wir haben ihn noch nicht überzeugt. Müssen wir nochmal ran. So, wir kommen aber der Flamme da oben näher. Und was soll ich euch sagen? Das ist genau der Punkt, an dem wir diese Folge beenden. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Sagt mir gerne in den Kommentaren, welche Antworten ihr ausgewählt habt oder hättet. Manchmal bin ich mir hier nicht so ganz sicher, aber es ist auch nicht ganz einfach, immer die richtigen Antworten zu finden. Das ist wie im wahren Leben. Wenn es euch gefallen hat, lasst dir mit dem Daumen nach oben dann natürlich gerne ein Abo, Kommentare, Instagram, Twitter, Twitch, kommt einfach überall hin. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.